Wie soll es anders sein, gab es bei der letzten Light Food Aktion wieder zwei verschiedene Kekssorten. Die Lemon Cake Variante habe ich euch bereits vorgestellt. In diesem Video teste ich eine Variante mit Bananencreme. Der Bananengeruch ist relativ dezent und natürlich, nicht so extrem wie man es von Schokobananen kennt. Unter der leicht knackigen Schokohülle befindet sich eine cremige Füllung. Der Keks ist auch hier wieder super crunchy. Die Creme schmeckt sehr dezent, dafür aber richtig natürlich nach Banane. Die Schokolade in Kombination mit dem Bananenflavor erinnert ein bisschen an die Schokobananensüßigkeit, nur dass es hier absolut nicht künstlich ist. Der Keks ist super crunchy und man hat das Gefühl, wie wenn man einen richtig geilen, frisch gebackenen Bananenschokokeks vertilgen würde. Ich finde es an sich in Ordnung. Von meiner Seite her hätte der Bananengeschmack aber gern etwas intensiver sein können.